In diesem Video kannst du in drei unterschiedlichen Aufgaben dein Wissen über die französischen Akzente überprüfen und vertiefen. Sieh dir einfach an, was Circonflex und Monsieur Grave über ihre Schule berichten. Viel Spaß dabei und bon courage! Exerciß Nr. 1 Qu'est-ce qui s'est passé ici? Les accents sont partis. Il en manque 14. Was ist denn hier passiert? Die Akzente sind verschwunden. Es fehlen 14. L'école, c'est génial. On apprend à lire, à écrire et à compter. Il y a des bibliothèques avec des livres intéressants et parfois on va tous ensemble au cinéma ou au musée. Circonflex, un élève et Monsieur Grave, un professeur, vont présenter leur école. Und jetzt müssen nur noch die 14 fehlenden Akzente ergänzt werden. Wenn du willst, kannst du sofort loslegen. Solltest du dir noch etwas unsicher sein, dann warte kurz, bis ich die Wörter, die einen Akzent benötigen, unterstrichen habe. Und nimm dir dann Zeit, um die fehlenden Akzente zu setzen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com